Okay Ach, wir können die gar nicht mehr beschweren oder was? So lange ich die hier auf dem... Ich glaub die kann man nur einmal beschweren oder? Ah, ich weiß auch nicht. Egal, wir gewinnen eh. Schildstoß. Zerstört seine Verdeckte. Oh, das ist der Nadelwurm. Den will ich in mein Deck einbauen. Er ist in mein echtes Deck. Und dann greife ich ihn dreimal direkt an. Oder zweimal. Weil er überlebt ist noch zweimal. Ich nehme in Mr. Sublime in die Küste. Ach, scheiß drauf. So, direkt. Zack. Gewonnen. Was kriegen wir für einen Bonus? Ich spring mal vor. Hops. Dööööööööö. Uuuuhmm. Waaah. Warst keine Schance. jetzt werden wir voll gequatscht nein ich will nicht da rein dann quatsche mich wieder voll ich gehe lieber den umweg so ich speichere erst einmal in zeitlupe laufen in zeitlupe laufen da ist es safe points ok dann sage ich bis zur nächsten part von diesem let's play ja hier bin ich wieder bei ugeo ihr wundert euch warum das sicherlich warum das auf englisch jetzt ist es ist folgende erklärung und zwar wurde mein safe so hat bei mir der emulator gespinnt und deswegen musste ich den safe habe ich also da habe ich gedacht liegt an der rom datei die habe ich dann gelöscht als ich dann gemerkt habe dass es nichts an der rom lag wollte ich es mit number 100 lagen auf deutsch musste auch vorstellen dass feststellen dass es nicht mehr gibt es auf deutsch also ich habe im internet gesucht und habe nichts gefunden aber es gibt bestimmt eine seite aber egal ich wollte jetzt mal weitermachen mit dem let's play und ja es ist halt auf englisch also ich kann euch übersetzen was die sagen aber mein englisch ist halt nicht so gut ok momson sagte komm rein kevin lp ist ja noch erstklässler stoff aber ich will noch nicht rein erst will wenn ich mir neue karten kaufen läufig aber in zeitlupe sowas naja gehen wir mal zum shop der ist hier so wie viel dp haben wir eigentlich also dp ist die währung in diesem spiel gut wir haben drei booster zur verfügung das sind alles anfänger booster nehmen wir mal diesen hier kaufen wir mal da fünf stück und hier fünf stück reicht unser geld genauer dann kaufen okay was haben wir denn alles aha 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 nah ja mega wandler ist gut aber ja mal glaub ich schon wenn ich mich nicht teure mmh oh oder die ist gut die macht ich mache einfach alles okay gب位 die kann ich nicht Bombarde Moorkäfer Redelbelebungsschleim Keine Ahnung Auf jeden Fall weiß ich, dass die verboten ist Aus irgendeinem Grund Oh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn da? Die tun wir mal gleich rein Die Mirror Force Die ist nämlich sehr heftig, die Karte Wenn der Gegner angreift Werden alle seine Monster in Angriffsposition zerstört Wenn diese Falle aktiviert wird Gut, welche Karte tun wir denn raus? Eine, die uns nichts bringt Klanghühnchen Wir tun mal Klanghühnchen raus Okay, und Spielkraft setzen wir rein Mirror Force Heißt das auf Englisch? Hier ist er Darf man auch noch einmal im Deck haben Oh, Sakurezo Rüstung haben wir auch noch Die tun wir auch noch rein Okay, da haben wir jede Menge Feinkarten schon mal Oh, Konter, Konter Die ist auf ihren Arsch Weg damit So Haben wir irgendwelche neuen Zauber? Wobei, ich schaue sie mir gleich alle am Stück an Hier glaube ich Jetzt wechseln wir mal so So ist es besser Cyberstein, die kann man aber nicht verwenden Weil sie verboten ist Finde ich Meines Erachtens ziemlich scheiße Geregelt Damit können wir uns ein Verteidigungsdeck bauen Mit Stufenbeschein hohem Gebiet B Aufschlagen Die ist auch nicht schlecht Ich glaube die tun wir schon mal rein Das ist dunkle Spielkraft Das ist wieder bei Wie bei dieser Blu-Haus Bei verdeckten Monstern Ich wollte schon Map sagen Weil Map ist die andere Karte Die aus Strategie spielen Jutte Kämpfer Okay Unser Deck ist jetzt ein bisschen bearbeitet So Dann gehen wir mal wieder raus Halt, speichern muss ich noch Obwohl ist eh Auto gespeichert Aber ich mache das trotzdem so Was soll denn da jetzt? Also gut Dann latschen wir wieder zurück Zur U-Bahn-Station Dauert zwar ein bisschen Wahrscheinlich hat sie jetzt Meine Maus geklickt Hey richtig Nein ich will nicht Ich will mich nicht mit dir duellieren Du bist so schlecht Geht's mir aus dem Weg gelöschen Hier sollen wir rein Was heißt Stuff Hier gibt's sehr viel Stuff Keine Ahnung Berühr nicht den Computer Rechts Es sind sehr wichtige Dateien drauf Okay machen wir's mal Hehehe Hacken Der Computer ist an Aber es ist passwortgeschützt Hey Komm schon Ich sag dir nicht Berühren Ich meine es ernst Okay Berühr nicht diesen Computer Jetzt sollte ein Brummgeräusch Und dann Hoch Was Yusei ist schon wieder da Lass uns schauen Schauen wir mal schnell nach Für eine Minute Keine Ahnung Willkommen zurück Yusei Hallo Wer ist das Das ist Kevin Ähm Ach keine Ahnung Ich brachte Kevin Ein weiterer Reit Irgendwas mit fahren Ich fahre woanders hin Was weiß ich Ähm Ein starker Joelz Ein Boah Keine Ahnung Äh Eine schnelle Reaktion geht durch deinen Kopf Ein Teil Deines Seine Erinnerung Kehrt zurück Zack 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 Aha Torbote Du Rathner Geschwindigkeitszauber Glaube ich auch Keine Ahnung Zauberkarten Aktiviert Ja Das kennen wir aus Pokémon Punkt 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 Ja Ja Hey Bist du Kevin LP Was ist los Änderst du dich an irgendwas Kevin LP Kontrolliert seine Dual Disc Und fand eine Karte In Drin Keine Ahnung Oh mein Gott Boah Das ist ein Geschwindigkeitszauber Boah Du redest Über Rally Über deine Erinnerungen Glaube ich Oh Ich verstehe Das ist was An was du dich Erinnert hast Kevin LP Nun Dann bist du also Ein Duolist Ein Turbo Duolist Ähm Wenn du mehr über Duellrunner wissen willst Solltest du Yusei fragen Er ist Äh Auch ein Turbo Duellist Glaub ich Ich dachte Yusei kommt zurück Aber er ist nicht hier Hä? Ich konnte das dröhnen Von Duellrunner hören Hey Was ist das? Du hast ein Geschwindigkeitszauber Äh How did you ever get Sucka Sing Wo hast du die denn her Glaube ich Sucka Sing Wenn du denkst du Äh Dass das eine Geschwindigkeitskarte ist Ach Keine Ahnung Keine Ahnung Und dann Und dann Maybe Yoneal Pelt Ist A Oh Keine Ahnung Well, one card doesn't exactly prove it, but it doesn't make it pretty likely. Oh, alter Schwede, mein Englisch ist für'n Arsch. Wenn, wenn du, ach, ich überspringe den Dialog, es interessiert doch niemanden. Jetzt reden sie über, dass ich in Turbo Talent sein muss und wegen der Messie und so'n Scheiß. Jajaja, dass ich Turbo Talent werden soll und so, bla bla bla. Jaja, das ist alles nur Gequatsche und jetzt, dass sie in die Stadt soll, ja, so'n Blödsinn halt, ne? Das hätten sie auch kurz fassen können. Aber nein, diese Macher mussten das ja ausführlich machen. Ein paar Tage später, die anderen paar, also 2009 und, äh, 2010 und 11, die sind nicht so detailliert gewesen wie dieses hier. Hey! Habst du das gesehen? War grad ein fetter Bug. Jetzt hab ich grad mich voll nahe gesehen. Ich hab mich da voll nahe gesehen, ey! Gut, dann gehen wir mal raus und schauen, was da läuft. Oh mein Gott! Hey, Kevin! Ich habe etwas gefunden, was, äh, wo man dich, ich glaube ich habe einen Duellrunner gefunden. Und, äh, und das Beste, äh, er verlangt es für einen richtigen, äh, für einen niedrigen Preis. Äh, wenn du mir folgst, können wir darüber reden. Oh, keine Ahnung. Hoffentlich übersetzt ich es richtig. Also ich habe das schon mal durchgespielt, daher kann ich es ein bisschen sagen, was die da quatschen. Äh, es sollte eine Weile dauern bis, ach, was weiß ich. Und hier haben wir eine Kiste, äh, in diesen Kisten findet man entweder Karten oder Kohle. Also Geld. Okay, das ist Staubdonado. Effekt, zerstört eine verdeckte Zauber oder, äh, zerstört eine Zauber oder Feinkarte des Gegners, wenn man sie aufdeckt. Okay, was will denn der? Was? Achso. Ja, du möchtest den Duellrunner? Selbstverständlich. Es ist aber nicht kostenlos. Äh, ich verkaufe ihn dir für 1000 dp. Wie wärs? Naja, wir haben nur 138, das heißt wir müssen mehr Duelle machen. Gut, suchen wir uns schwache Gegner. Hehe, schwache Gegner. Da haben wir ja schon einen. Ne, Spaß. Spaß, Spaß. Nimm mal, suchen wir uns andere Gegner. Nicht immer die gleichen. So, da vorne, wo wir uns zum Duell. im Kartenlager, also zum Shop gegangen sind. Da haben wir ein paar Xzenen. Ich glaub, gegen die könnte man gut kämpfen. So, überraschen wir mal den da. Ha, Hinterholz! Du möchtest mit mir duellieren? Du hast vielleicht Nerven. Hm. 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 Ja.